Jo, hallo Leute, hier sind wir wieder euer Tabletunnel's GamerHedge. Willkommen zurück zu Lost Reign. Ah, dem geilsten Spiel von allen. Ich hasse das doch überhaupt nicht oder so. Ja, ähm, wir sind hier und ganz im Ernst, ich glaube wir müssen warten, bis das kleine Stachelfiecht heißt. Ich meine, wir haben hier zuletzt gespeichert, also das ist irgendwie der letzte Save, den ich gefunden hatte. Okay, so, da kommen die Tarantel wieder. Ich frage mich, wie ich das machen soll. Ja, ich komme unter den Gertigate. Guck mal, ich komme da ja nirgendwo dran. Egal wie scheiße, wie gering... Ach, du Scheiße. Boah, das ist doch schon wieder so eine Timing-Sache. Da kriege ich doch schon wieder, kriege ich schon wieder Füße im achten Stadion, wirklich. Norwegen, Norwegen, Norwegen ist ein schönes Land. Norwegen ist ein schönes Land. Norwegen ist ein schönes Land und Schweden haben schöne Füße. So, jetzt komm, geh mal da, mach das jetzt mal. Jetzt bitte, Mario, komm, stell dich so an jetzt. Hör auf. Ach, komm doch. Ist so, ist so wie im Kindergarten. Weiß nicht, wie früher mit der, mit der, mit der Frau Apfel. Ich bin kurz davor, Slowdowns direkt in der ersten Minute oder in der zweiten Minute zu verwenden. Erklär, kann ich euch auch warum. Weil es einfach scheiße ist, Mann. Das kann doch keiner. Ha! Komm! Ha! Oh, geschafft, Alter. Wie habe ich das Ding gemacht? Mein Gott, das war echt schon wieder so eine Geburt fünften Grades. Da kannst du echt nichts gegen sagen. So. Oh. Mann! 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 Boah, das ist doch wieder so eine beschissene Stelle hier. Boah, das regt mich schon wieder so auf. So was kann ich nicht. Ich kann, ich kann, ich kann, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ha! Boah, ich spiele nie wieder einen Hack. Wirklich nicht. Nie wieder. Ich spiele nie wieder einen. Nie wieder spiele ich einen Hack. Das Einzige, was ich nochmal spiele, ist Marios Messochistik Mission. Aber das hier spiele ich nie wieder. Guck dir doch die Scheiße an! Oh mein Gott, ich bin so geil. Ich bin so ein Gott, ich bin so ein Gott. Ich habe es geschafft. Ich habe es... Jetzt keinen Fehler machen. Warum kommt denn da einer raus? Mein Gott. Hahaha. Habe ich Glück gehabt? Ich wusste nicht, dass da noch einer rauskommt. So. Oh, die Stelle ist schwer. Oh mein Gott. Die habe ich im TAS gesehen. Oh mein Gott. Die Stelle ist schwer. Ich muss den so machen. Ah, es geht. Ist doch nicht so schwer. Die Stelle ist doch nicht so schwer. Ist doch nicht so schwer, die Stelle. Komm. Mann, das ist doch nicht so schwer. Okay. Perfekt. Perfekt, Leute. Perfekter Absprung. Perfekter Absprung. Jetzt muss ich es nur noch schaffen, das so perfekt zu timen, dass es auch klappt. Boah, das regt mich jetzt schon wieder auf. Wirklich. Man braucht mittlerweile, brauche ich für einen so ein scheiß Level. In was für einem Part sind wir eigentlich? In dem paar im dreißesten mittlerweile schon. Ey, und es sieht nicht danach aus, als... Oh. Oh, das war knapp. Es sieht nicht danach aus, als würde ich schneller durch die scheiß Level kommen. Und nach diesem Level hier haben wir noch drei Stück. Boah, wirklich? Haha, Noob. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Panzer nicht gebraucht hätte. Wir brauchen nämlich noch einen. Ich weiß nur nicht welchen. Doch, eigentlich den. Aber ich glaube, man kann es auch mit dem anderen machen. Okay. Boah, lauf doch nicht da rum. Was bist du denn für einer? Was läuft der denn jetzt da rum? Ne, man muss da irgendwie genau durch oder so. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Man muss da wirklich perfekt durch. Und dann darf der oben dich auch nicht treffen. Was denn? Das geht doch gar nicht. Der trifft mich doch immer. Ach, jetzt verstehe ich das Level. Jetzt verstehe ich das Level erst. Jetzt verstehe ich das Level erst. So, wir müssen nochmal von hier machen. Jetzt verstehe ich, warum man den einen Panzer braucht. So, pass auf, Leute. Ich zeige euch jetzt das Geheimnis von dem Spiel. So, wir gehen erst hier rein. Und den müssen wir mitnehmen. Den Panzer brauchen wir. Ja, aber nicht so, Junge. Nein. Nein Boah, das gibt's doch nicht Ich brauche, ich brauche doch nur den Nein Oh, Tika Endlich Verdammt, wieder eine Geburt So Ich kann heulen Ich kann heulen Ich kann heulen Weißt du, du musst Du musst immer den perfekten Absprung und die perfekte Scheiße Einfach haben Oh So ein Assi Ha, du Loser Ich hab deine Mechaniken ausgenutzt Ich hab dein Wetter vorausgesagt Ich hab deine Beine in Sand gesteckt So So Ah, von ihm Von ihm brauche ich die Hütte So Denn jetzt wird's erstmal richtig schön, Leute Wir sind jetzt Wir sind jetzt gleich am Ziel Da Und jetzt muss ich noch so einen heftigen Walljump machen oder so Oh mein Gott Sowas kann ich nicht Sowas kann ich doch wieder nicht Wie soll ich sowas machen? Okay Der in dem Video Hat irgendwas Achso Ah, das ist einfacher als ich gedacht hab Es geht doch bestimmt auch so Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab's geschafft Oh mein Gott Ich glaub das nicht Ich hab das Level hinter mich gebracht Wie hab ich denn das geschafft? Das war ja wohl die größte Scheiße Die ich jemals gesehen hab Mit einer der größten Scheißen Zumindest Okay Wir können da reingehen Drei Level stehen uns noch bevor Soweit ich das weiß Und Hansel Cave 001 Ja Da wollen wir uns im nächsten Part Auch mit beschäftigen Ich bin gespannt Ob ich's jemals schaffen werde Diesen Hack zu Ende zu spielen Und in diesem Sinne Bis zum nächsten Mal Vielen Dank fürs Zusehen Euer Table Channel Scammer Tschüss